Fütterungszeit. Es gibt ihren Lieblingsbrei. Schaut mal, was für ein Streberle sie geworden ist. Dann Konditionierung. Man kann mal sagen, ca. 500 Wiederholungen liegen hinter uns. Ich möchte ein Pferd füttern, was freundlich abwartet. Sie soll einen Schritt zurück machen oder sie ist schon hinten, so wie jetzt. Schauen wir mal, was sie macht, wenn ich in den Raum gehe und ihr Mesh hole. Bevor ich es ihr gebe, soll sie Headdown machen, ruhig sein. Ich fütter nur ein ruhiges Pferd. Jetzt schaut mal. Ich fülle mich. Ich sage es ja, mein letztes Pferd war da ein Monster. Und wer war schuld? Ich war schuld. Ich habe ihn nicht erzogen, wie ein Mensch sich das vorstellt, wenn er ein Pferd füttert. Ich möchte ein ruhiges Pferd füttern.